Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem Zweitkanal-Video hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade im Urlaub zu Hause und habe tatsächlich nicht so viel vorproduziert, weshalb ich gerade ein bisschen struggle für euch Videos hier auf den Zweitkanal zu bringen. Deshalb zeige ich euch heute mein Gaming-Setup. So, beginnen wir. Wie? Ich weiß nicht mal, wie ich die Kamera drehe. Also, wir starten hier an meinem Schreibtisch. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe dort eine Kamera, die habe ich von GNU bekommen. Danke nochmal, Shoutout an GNU in den Comments. Dann habe ich hier von Elgato damals so Lichter bekommen, die ich irgendwie nicht richtig einstellen kann, weil mein PC kein WLAN hat. Angehen sie trotzdem irgendwie, brauchen tue ich sie eigentlich fast nie. Ich habe drei Bildschirme, einmal den hier, dann den hier und so einen. Da steht dann immer der Chat drauf. Dann habe ich, also pass auf, ich habe hier noch ein bisschen, also ich habe ja viel gezockt jetzt in der Zeit, wo ich hier Urlaub hatte. Und, ey, ist ja sehr viel Müll. Aber das ist jetzt eine reale Experience, ne? Ähm, ich rolle morgen auf. So, wir haben hier erstmal eine schöne Corsair-Maus. Dann haben wir ein Glas, ein altes. Und einen Kaffee, einen alten. Mist, hier sind noch zwei weitere Tassen. Nicht, natürlich. So, dann haben wir hier so die Tastatur. Und da sind von dem Pico VR-Headset Sachen. Also, dann haben wir hier eine Corsair-Tastatur. Und wir haben hier einen Streamlink, was ich eigentlich nicht benutze. Das hier ist mein Mikrofon, das rote NT1-USB-Kit. Ist ein gutes Mikro. Achso, ja, die Kamera, die ist eine Sony Alpha A7S. Die erste Generation, gutes Teil. Dann haben wir hier einen Laptop, eine Bohrmaschine, Brillen. Ja. Und das alles steht in meinem Schlafzimmer. Tja, cool. Ja, und das ist mein Streaming-Setup. So, das war es eigentlich. Kann ich euch noch was zeigen? Ich gehe mal in mein Wohnzimmer. Ja, ich kann euch noch dieses Wandregal zeigen. Das habe ich vor kurzem, das ist die liebe Kathleen hier angebracht. Und da werde ich bald Pflanzen drauf platzieren. Ich habe jetzt erst vor kurzem, da habe ich jetzt diese Pflanze hier, hat ein Blatt bekommen, ein Riesenblatt. Mega schön. Und? Oh, das muss ich euch zeigen. Diese Pflanze hier. Maschallah. Das ist auch ein neues Blatt. Ist schön, oder? Ja, hier ist noch die VR-Brille. Tja. Also, ich habe hier, ja, hier ist so ein bisschen cursed. Ach, scheiß drauf. Ich habe hier so ein bisschen meine Awards. Unter anderem ist hier ein Bild von meinem Hund, der schon vor ein paar Jahren jetzt verstorben ist. Aber ist immer noch ein Süßi. Aber ist immer noch ein Süßi. Eika hieß sie. Ein wirklich toller Hund. Mein erster Hund. Und ist wirklich toll. Dann haben wir hier einen zweiten Award. Schönster Stuhlgang. Habe ich damals gewonnen von Gnus Kurzfilm, den wir geredet haben. Dann habe ich hier den Award zu, als schlechtester Spieler in Mario Party. Also legit. Richtig beschissen in Mario Party steht da drauf. Ja, hier ist dann so hinter einer Pflanze und Löwenanteil ist so mein Playbutton von YouTube. Ja, das war's. Ja, ich habe ganz viele Pflanzen noch hier. Ich habe einen sehr großen Fernseher. Aber ansonsten ist gerade Chaos. Ich will nicht zu viel zeigen. Leute, lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Ab nächste Woche bin ich wieder da. Und dann machen wir gemeinsam wieder tolle Gaming-Videos. Ich liebe Grüße aus dem Urlaub. Nur, dass ihr wisst, dass ich nicht tot bin. Kleine Roomtour.